Am Standort der Firma Eckes Granini in Bad Folling-Bostel produzieren wir täglich mehr als 480.000 Flaschen Fruchtsaft und Fruchtsaftgetränke. Das bedeutet, dass mehr als 1000 Paletten täglich eingelagert und natürlich auch wieder ausgelagert werden müssen. Um die große Produktmenge effizient zu verwalten und termingerecht auszuliefern, setzt Eckes Granini auf das sprachgestützte System TopSpeed Schlydia. Es unterstützt die Mitarbeiter durch präzise Sprachanweisungen. Von der Einlagerung des Nachschubs aus dem Hochregallager bis hin zur Zusammenstellung der Lieferungen in der Kommissionierzone. Kernstück der mobilen Mitarbeiterführung ist die Kommissionierung durch Pick by Voice. Ausgestattet mit einem handlichen Sprachcomputer und einem Headset erledigen die Kommissionierer ihre Arbeit. Platz 9, 4. Nimm 10. Lydia gibt an, wo es lang geht und bleibt immer im Dialog mit den Mitarbeitern. Die sind begeistert. Das Geniale an dem System ist, ich kann flüssig und zügig weiterarbeiten, ohne dass ich irgendwelche Schritte unterbrechen muss, die nichts mit dem Packen zu tun haben. Wie ich mit Zetteln oder wie früher, wo wir den Kommissionierschein hatten, mussten wir Haken machen, 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 machen. Brauchen wir nicht mehr. Dank Lydia haben sämtliche Mitarbeiter die Hände und Augen frei für die wesentlichen Arbeitsschritte. Dadurch arbeiten sie konzentrierter und effektiver. Nimm 2. Genommen 0. Palette leer. Palette leer. Umlagerung. Nimm aus Reserveplatten. Nummer 4, 5, 6. Damit der Kommissionierfluss bei leeren Paletten nicht unnötig ins Stocken gerät, regelt Topspeed-Lydia auch die Umlagerung aus dem Reserveplatz. Nimm 2. Nimm 2. Topspeed-Lydia hat uns überzeugt durch seine einfache Bedienbarkeit und seine Flexibilität. Jeder der Mitarbeiter in der Logistik konnte innerhalb kürzester Zeit mit den Geräten problemlos umgehen. Die Leistungssteigerung in dem Bereich der Kommissionierung lag bei über 20%. Ecke Scranini ist von der Richtigkeit der Investition überzeugt. Topspeed-Lydia ermöglicht den schnellen Warendurchlauf und erhöht die Arbeitssicherheit der Mitarbeiter. Und jeder Kunde erhält genau das, was er bestellt hat. Termingerecht. Übersetzungs angespans. Ecke Scrappone Gesamt Vielen Dank.